Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde der Zauberer Zunft zu Battle Mages Sign of Darkness. Ja, wir sind in der letzten Mission angekommen. Hier steht immer noch ein Schiff verkehrt herum. Und ja, ich will mich mal kurz umsehen hier außerhalb. Hier gibt es ein interessantes Chaos Altar. Gibt es Wege raus? Ja, hier gäbe es einen Weg raus. Ja, es gibt die kaputte Stadt da oben. Also ja, wir müssen den Chaos Altar erreichen. Es gibt auch immer noch die Stadt hier, die ist aber auch eine Ruine. Die wäre sogar hier hintenrum noch erreichbar. Und ja, hier hinten ist auch noch ein bisschen Wald übrig. Aber gut, wir müssen zum Chaos Portal. Der einzige Weg, den ich finde, ist der hier lang. Weil der hier oben lang etwas komisch ist. Wir haben nicht genug Erfahrungspunkte für Level Up gerade. Also ja, das sieht aus wie irgendwas Teleporter-Mäßiges. Mal sehen, wo uns das hinbringt. Das sieht aus wie Wurmlöcher im Raum-Zeit-Gefüge. Wir sollen sie auf der Karte markieren. Okay, das bringt uns hier raus. Bringt uns das was, hier rauszukommen. Richtig, wir gehen. Wir werden sie auf. Auch nicht wirklich, jetzt sind wir nämlich nur gerade mal... Ein Stück weiter hier drüben gelandet. Hm. Irons Dailas Geheimesversteck. Aha. Klingt definitiv nach einem Übersetzungsfehler. Na toll, das... Das portet uns hierher. Wir haben da nur noch die Wahl, hier lang zu laufen eigentlich. Was? Alles klar. Wir gehen. Alles klar. Wir gehen. Hm. Aber von hier kommen wir eigentlich. Also wir müssen da oben lang. Also hier hinten lang. Ja, da gibt's noch ein Teleporter. Okay. Neben dem Chaos-Altar und was da sonst noch so alles ist. Okay. Wäre schön, wenn der eine Feuerteufel da nicht festhängen würde. Wir gehen. Komm, bewegt euch. Komm, bewegt euch. Und? Das Problem ist, sie bleiben halt einfach automatisch immer stehen nach ein paar Metern. Weil der eine da festhängt. Just think. It's all ready done. Ich muss ihnen ständig Befehle geben, sonst bleiben sie einfach stehen. Nach ein paar Metern. Alright. Hurry, let's go. Hurry, let's go. We're going. We're going. We're going. Hurry, let's go. Bewegt euch. Yes, sir. Just think. It's all ready done. We're going. Hurry, let's go. Just think. It's all ready done. Alright. Wir sind leider immun gegen Feu... Oh, ich mach ihnen trotzdem Schaden mit Feuerwehren. Aim. Yes. On to victory. At your surface. It's all ready done. Just think. It's all ready done. Shoot your arrows. So, machen wir mal einen Zauber. So, machen wir mal einen Zauber. It's all ready done. Shoot your arrows. Ready for battle. Ready. No problem. To victory. Fire. Aim. So. What? No problem. Goldstücke. It shall be done. It is done. So, hier hinten können wir eh nicht hinlaufen, so wie es aussieht. Ich kann hier nur ein Geist beschwören. Just think. It's already done. Äh. Wo seid denn ihr? Ganz doof. Wo seid ihr? Was zur Hölle macht ihr jetzt da gerade? Warum lauft ihr? Na. Okay, das sieht doch schon mal viel besser aus. Hurry. Let's go. All right. Jetzt fangen die... Wisst ihr was? Weg mit euch. Ihr geht mir sowas von auf den Sack. Yes, sir. Hurry. Let's go. Just think. It's already done. Just think. It's already done. Wir sind hier oben rausgekommen. Hurry. Let's go. Mal sehen, wo bringt uns der hin? Also ja, ich hatte echt keine Lust mehr auf diese blöden Dämonen, die da festhingen und dann irgendeinen Scheiß gemacht haben. Ach, das bringt uns wieder hier hin. Ach, das bringt uns wieder hier hin, okay. Okay. Just think. It's already done. All right. Just think. It's already done. Just think. It's already done. Und das heißt, wir gehen mal in die Richtung. All right. Warum auch immer mein Kampfmagier so langsam ist. What? Weil hier lang geht's zwar irgendwie raus. Zwei Feuertürme blockieren den Weg zum Portal. Wir müssen sie irgendwie entschärfen. Zwei Feuertürme blockieren den Weg zum Portal. Also das hier bringt nichts. Wir könnten mal hier rausgehen. Aber hier ist ja auch nichts. Wirklich was. Hm, gucken wir mal. Ja, hier war man. Also das Portal haben wir benutzt. Das da drüben. Ach, das sind die Feuertürme. Ja, das ist das Portal, wo wir reingekommen sind. Oh. Schwertkämpfer. Menschens. It's already done. We're going. What is the Imperial Army doing here? Something terrible happened in these lands. And we came here to help. Join us. It's an honor to serve you. Okay, neue Truppen. Yes, sir. We're almost there. Well, we don't know. Well, we don't know. Da müssen wir auch mal gucken, was in dem Waldstück ist, wenn wir da rauskommen sollten. Auf jeden Fall ist es schön, neue Truppen zu haben. Aber ja, vielleicht können wir über das Grüne die Feuertürme umgehen. Mal hier ist sonst nichts mehr. Also ja, das ist ein guter Ersatz für die Dämonen, die wir jetzt weggeschmissen haben. Also ja, hier raus. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Los, bewegt euch alle. Ich finde es lustig, dass gerade so auch gar der Schnellste ist. Na ja, an dem kommen wir nicht so vorbei, allerdings. Okay, hier kommen wir auch nirgendwo wieder rein. Aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber was sonst kommt hier? Maybe das ist der Schnellsteam. Das ist der Schnellsteam. Wim Und ja, durch diesen roten Nebel sieht man auch nicht sonderlich gut. Oh. 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 Okay, jetzt haben wir einen Goblin, der vielleicht die Feuertürme deaktivieren kann. Also war es doch richtig, hier rauszugehen, okay. Das ist aber irgendwie der einzige Feuerturm, den ich hier sehe. Und ja, da ist das Portal. Okay. Weil die Rede davon war, dass es zwei Feuertürme gibt. Ach ja, und ein aktiver Vulkan jetzt in der Mitte halt. Okay. 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 All right. All right. We're going. We're going. All right. What? No discussion needed. Also ja, Ding. Problem. Warum heißt der 4 auf einmal? No discussion needed. No discussion needed. Do you see those towers? Anyone who approaches them will be scorched to the bone. How peculiar. I can make them stop spitting flames. But there's more magic about them than mechanics, I'm afraid. We are counting on you. I couldn't descend them completely. We have a better chance to get past them now. It's less dangerous than it was anyway. Okay. Hurry. Let's go. Sei es, er feuert jetzt langsamer oder wie. It's already done. Bis zum nächsten Mal.